Die Burg Harnstein. Unmittelbar hinter der thüringischen Grenze bietet sie einen einzigartigen Blick auf den Werra-Meißner-Kreis. Die rund 1000 Jahre alte Burg ist zum zweiten Mal als Kulisse für einen Film genutzt worden. Nach den Dreharbeiten zum Medicus im Juni 2012 wurden jetzt Teile von The New Chainsaw an und in der Burg gedreht. Der Film, der sich mit einer profitgierigen Agrarindustrie befasst, die ohne Rücksicht auf mögliche Folgen genmanipulierte Lebensmittel verkauft, soll 2015 in den Kinos Premiere feiern. Dabei spielen Elfen, hier im Bild zu sehen, eine wichtige Rolle. Der Dreh unter freiem Himmel auf Burg Harnstein ist für Regisseur Alexander McGee etwas ganz Besonderes. Gerade weil die Burg nach ihrer Zerstörung nicht wieder vollständig aufgebaut wurde, sah sie eine ideale Kulisse. Für den Film wurde nicht nur das weitläufige Außenareal, sondern auch Räume im Burginneren benutzt. Hier findet in mystischer Kulisse auch ein Mord statt. Lichttechniker tauchen das alte Gebäuer dafür passend in besonderes Licht. Viele Touristen beobachteten die Arbeiten hoch oben über Bornhagen aus der Nähe. Beim Action des Regisseurs durfte aber niemand mehr im Bild zu sehen sein. Der Drehtag beginnt für die sechsköpfige Filmcrew und die Schauspieler sowie Komparsen morgens um 7 Uhr. McGee kommt jeden Morgen mit neuen Ideen ans Set. Bei ihm bekommen die Schauspieler vorher das Skript, aber nicht ihre Texte zum Auswendiglernen. Er passe die an die jeweiligen Charaktere an. Auswendig gelernt seien sie teils zu Stellt sich gesprochen. Gedreht wird bis zum Sonnenuntergang. Eine Herausforderung ist laut Regisseur McGee der Dreh unter freiem Himmel. Jeder Szenenanschluss muss passen, Sonne, Wolken oder Regen, die Übergänge müssen stimmen. Damit am Set alles reibungslos läuft, sind neben dem Regisseur, der die Kameraführung übernimmt, ein First Assistant Director, Masken- und Kostümbildner und ein Beleuchter erforderlich. Nach den Dreharbeiten ist die Arbeit aber noch lange nicht zu Ende. Sechs bis acht Monate dauert die digitale Nachbearbeitung, die sogenannte Post-Production. Dann werden mithilfe von Markerpunkten auch Inhalte in den Film gebracht, die es vor Ort nicht gegeben hat. Für die Burkanstein war es die zweite große Filmproduktion. Bei der Kulisse sicher auch nicht die letzte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.